Musik 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 Ich glaube Der komische tote Ochse Müsste sich vielleicht David mal angucken Ich hab keinen Sound gehört Ich hab auch keine Soundalorts bei dir Ist ja komisch Wird sogar bei mir angezeigt Kann aber keiner Klick mal selber drauf und gucke Das wegdrücken Ja, mein Browser Meine Browser-Source ist offline Ich bin sicher, dass dein Sound-Browser-Source In deinem Dashboard-Software hinterlegt Das habe ich doch aber vorhin alles gemacht Hm Also rein komme ich auf jeden Fall So, dass ich draufdrücken kann So Willst du dir was wünschen, David? Oder Irgendwas, was zu beides geht passt Was, was zu beides geht passt Was, Heldenanfrage? Herkules? Halb-Org-Zwergen-mäßige Zeit Das war eigentlich ganz simpel Da stand, schreibe welchen Held du spielen sollst Herkules Achso Naja, das war genug eher darauf bezogen Wenn man eine Auswahl hat Jetzt zum Beispiel fang das Spiel neu an Und ich sag dann halt Achso Und du dann sagst Magier, Krieger Okay So verstehe ich das Keine Ahnung Sonst wüsste ich jetzt so nie, was ich machen soll Jetzt sollte ich wie Herkules reden, oder? Ja Zum Beispiel Was zu Baldurs geht passt Was denn zu Baldurs geht? Hier Was passt zu Baldurs geht? Aha Oh Ich glaube wir müssen die Region dann wechseln Lux passt aus hier unten Oh Nee Anders guck's glaube ich besser Oder komplett in die andere Richtung Da können wir dann erstmal runter Da müssen wir hin Wir sind falsch gelaufen Sie passt aus ein bisschen wie Rotkäppchen mit dem Ding Aber wollen wir nicht nochmal da oben gucken Wo wir hergekommen sind quasi Da ist ja auch noch alles schwarz Und da ist auch Lager in den Schattenverfluchten landen, oder so Na ich wollte runter zum Zollhaus Da über die Brücke Die Türme des Mondaufgangs Da wollten wir erstmal hin Äh Na da konnten wir ja noch nicht hin Weil da ist dann wieder Das mit den Schatten Also Da müssen wir wieder mit Fackeln laufen, und so, ne? So Wie kommen wir denn nach da oben? Dann müssen wir da oben lang Quasi geradeaus und dann irgendwann rechts Ne, wir haben auch den Pixiesägen, Leute Also uns hat, könnte irgendwie Schatten eigentlich nichts passieren Ne, aber nicht da Das haben, also Habt ihr das nicht ausprobiert, da rein zu laufen? Ne, ich glaub nicht Na bei mir Ich hatte wieder Schattenschaden gekriegt Wo ich da rein gelaufen bin Über die Brücke Dann gehen wir da oben rechts erstmal hin Ich weiß nicht, ob wir nochmal ein Segen kriegen Dass wir da Keinen Schattenschaden kriegen, aber Naja, steht ja auch extra nur gering da Eigentlich Geringen Effekt Das Von mir aus können wir da auch unten ins Zollhaus gehen Da muss nur jeder an seine Fackel denken Hier ist erstmal Hier ist erstmal ein Teleporter Oh, das ist sehr gut Da kann dich Paller erstmal gleich hin Porten Weil das gerade nicht hier Scheint Achso Oh, wird gespeichert Hallo Ist doch schon Hallo 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 Warte mal, David Warte mal, bis alle da sind Da muss ich warten Ja, du kannst nicht immer überall durchrennen Nein, du spielst den falschen Charakter für Diablo muss ich auch immer auf dich warten Ja Besser ist das Kriegst ja auch eine Staline hin Ich erinnere dich an die Mission Hey, da sollen wir noch gar nicht warten Das ist viel zu schwer Kannst du mir bitte helfen, David Bitte, bitte Oh, hier ist jemand Quatsch mit der Ich höre nur eine Stimme Sie haben wie die Kinderstimme Würde ich sagen Das war ein Geist Hey, das war ein Rettungswurf Nice Okay, jetzt rede ich mit der Anschein Hallo Ich komme mit rein Oh, jetzt sehe ich dir Schaltige Spiel Oliver sieht nicht so geistermäßig aus Hat er irgendwas an mir Sicht Na komm, nach erstens Wer bist du überhaupt Jetzt sagt er einfach nur Oliver Ich wusste es Ähm Wer bist du denn? Ich kann ja erstmal keine Kunde machen Mal gucken, ob ich es Oh, okay Warst du ein Bonus? Naja, doch So ist es auch Oh, oh War dann Wie Ich hab ein E-Wie aus der Gehört Sieht nicht Traurig aus Nee, die gar nicht Die pure Freude Ich war bei mir Die seiner Hälfte Das Gesicht ist noch schwarz Lass uns spielen Nika Wo hast du Bock? Fange Vielleicht führt er uns ja irgendwo hin Na, lassen wir uns das Spiel spielen Na gut, dann machen wir die Saw-Animation Okay, jetzt holen wir einfach ab Okay, wir wissen nicht so Und was verlieren wir Okay, alles klar Läuft bei dir Achso Ja, schön Er macht sich unsichtbar No Cheating Jetzt läuft er hier hinten lang Wo ist er denn gerannt? Hier ist Wahrnehmung Bei mir Kommt mal der her Da ist er Wer ist? Wieso? Ja Wieso hat er gewonnen? Jetzt rennt er weg Okay Ich hab mit ihm gesprochen Nee, Alex Was? Seine Familie sucht uns Was? Yo Oh, oh Da hinten in der Ecke Papa Stärkster Papa Alle Zeiten Oben rechts Papa Und links ist Mama oder was? Alter Ja, oben links ist Mama Und Hündchen kommt auch noch Nee, Hund ist bei uns Nee, nee Da ist noch ein Hund Rechts Ja, rechts ist Hündchen Ja, genau Da ist ein Hündchen Ja, jetzt sehe ich noch Ich sehe Oliver Und wo ist der Rest? Weil wir Oliver töten Hier oben ist die Mutti Und auf der anderen Seite Rechts ist der Fadi Okay Oliver ist nicht böse, oder? Weiß ich nicht Ich kann ihn auf jeden Fall angreifen Aber Nee, Oliver ist so rangig Also das nur Orangig nur Dings ist rum Ja, aber er ist nicht das, was er vorgibt zu sein Also Ich bin ja mal gespannt, was da ist Äh Okay, ähm Ja Was machen wir? Naja, wir müssen die Roten auf jeden Fall töten, denke ich, oder? Nee, Oliver kann nicht nur greifen Taschendiefstall Naja, böse sehen sie jetzt noch nicht aus Na, die Roten doch Ja, stimmt, Oliver ist gelb Ich rede nicht von Oliver Nee, Oliver ist gelb und ja, da sind rot Ja Oliver ist mir scheißegal Ich würde auf Mama ein Pfeil hauen Was okay ist Na, du musst mal gucken Mama Hat ein paar Resistenzen Auf jeden Fall Gift sollten wir nicht machen Schallschaden nicht Feuer nicht Eis nicht Ah, ich kann das nicht Und gegen Nekromantie Das ist immun, ne? Gegen Giftimmunität Und Nekromantie Immunität Und normale Angriffe machen nur halben Schaden, glaube ich Ja, deswegen war ich ja ganz normalen Fall Ich habe 96% und Der zeigt ja nicht viel, das war vorher auch mit bei Ja Oh, also ich kann gegen die einen krassen Angriff machen gegen die Mama Na, mach du das Okay Oliver stand im Gegend Ja Und Oliver hat irgendwas verloren Das hätte ich im Clown können vorher Sorry Ich habe aber auf die Mama geklickt Ja, aber du hast Oliver getroffen auf jeden Fall Ich schieß auf den Papa Dann mach ihn jetzt tot Okay Oh, die sind überrascht Alter Bist echt ein guter Papa, Alex Warum war er noch nicht sein Kind? Kann ich doch nicht dafür, wenn der mir im Weg steht So, hier unten ist noch der Hund Okay Achso, ich bin noch mal drin Nee Ich bin dran Ich glaube nicht, dass du ängstigen klappst Also ne Schaufel ist dran Noch Ja Das war ich mit dem kleinen Dude Kreffen runter, wenn du rankommst Ja Okay Okay, so komme ich erstmal nicht ran Aber erstmal ein Stück laufen Will ich Jetzt ist der andere Hund dran Oh, die Huse, du hast nen Debuff Weil du die Fee erzürnt ist Du warst Dolly gegenüber gemein Und jetzt wirst du dafür bezahlen Ein Narr in der Stadt Ja, ist verflucht Ich hab doch gesagt, du sollst sie nicht schütteln So, das war es ja, stimmt Die Orte war das ja Scheiße, mit dem Hund komme ich nicht ran Na, dann stell dich doch mit dem Hund vielleicht wenigsten hier in den Weg Welchen Weg? Na, dass die Mama da nicht zu uns kommen kann So in Schieben, Moody Jetzt noch Usen und Peilen Zug von G-Man Warum kann ich nichts weiter machen? War dann vielleicht erschrecken? Na, bist du, bist du, hast du vielleicht wieder mittlere Rüstung ein oder so? Ich hab eigentlich nichts getauscht Gegen irgendwas nicht, äh Ja, da Im Umgang Du hast den Bogen drinne Im Umgang mit einfacher Waffen und Kurzbögen ungeübt Wo hast du denn den Bogen drin? Ist egal, jetzt hab ich den Stapel in der Hand Geht trotzdem nicht Ja, weil du den Bogen ausgerüstet hast Aber ich konnte auch grad eben zaubern, Alex Ja, aber wenn du's dann rausnimmst, ist es wieder, glaub ich, ne Aktion Ja Ich hab ihn rausgenommen Und dann hast du ne Aktion verbraucht Und, naja, deine Aktion ist weg Genau, konntest du in der nächsten Runde Aber ich konnte doch grad eben auch zaubern, obwohl ich den Bogen ja ausgerüstet hatte auf dem Rücken Wenn du Items anlegst und wegtust aus deinem Equipment, dann verbrauchst du eine Aktion Das meint er aber gar nicht Er meinte, dass er sein komisches Feeder beschwören konnte Obwohl er den Bogen auch Obwohl er den Feuerball zaubern konnte, obwohl Achso, achso, achso Ja gut, das weiß ich nicht Vielleicht ist das auch nur auf den Kampf bezogen, Paila Kann ich dir auch nicht sagen Aber wenn du auf irgendwas gegen irgendwas ungeübt bist, was du kriegst, dann kannst du auf jeden Fall nichts machen Im Kampf Im Kampf, ja Könnte auch das Amulett sein Ne, war der Bogen Ah, da war es nicht rot bei dir Genau, sonst würde da ungeübt stehen, Paila Aber trotzdem komisch, warum es in der ersten Runde erst funktioniert hat oder in der zweiten nicht mehr Weil wir in der ersten Runde vielleicht nicht im Kampf waren Ja Die waren ja alle überrascht noch Das kann sein Und mal gucken, was der Dude macht Da ist nicht mehr viel Den habe ich Warum bleibt dieser komische Zustand Ein nahe in der Stadt Sag ich in der Stadt bin du das Ne, ist verflucht, den hast du jetzt immer Also du wirst irgendwann mal dafür bezahlen Wenn du den Fluch hast und die falsche Person anquatsch Aber das ist, das bleibt ewig jetzt Oder so Ja, erstmal schon, ja Aber was für einen Rückfall habe ich dadurch Also einige Sachen kann ich so weitermachen Steht nicht da, steht nicht da Also ich kann, einige Zauber zum Beispiel kann ich nicht machen Beziehungsweise ich bin ziemlich krass eingeschrieben von der Fähigkeit her Ist ja nervig Da hinten auch einfach nur ein Pfeil in die Fresse haben Ich kann Fluchbrechen machen, Jusen Muss ich bloß nach dem Kampf kann ich das erst machen Das ist ja cool, der hat recht Die Zauberstufe 3 ist das Da muss ich halt was austauschen und dann kann ich den Fluch brechen Gut, dass wir die Schriftrolle gefunden haben Und ich die schon gelernt hatte Oh, ich kann dir auch noch helfen Nice Hat dich sogar geheilt, was? Ich liebe es So, Papa kommt immer näher Papa will es aber nicht, was er tut Oh, der ist empfindlich gegen Sonnenlicht Oh, die haben beide andere Sachen Ne, das ist als wichtige Merkmale, ganz unten steht das Achso, im Sonnenlicht wird die Was ist die Kreatur bei Angriffswürfen und Würfen auf Wahrnehmung für die Sicht erforderlich Im Nachteil Die machen wir auch so platt Also egal welchen Zauber ich mache Dann bleibe ich bei meinen Standardzaubern Dann hebe ich die lieber noch die Dicken und so auf Wenn wir wirklich andere Gegner kriegen Sehr gut Fick da, Feuer Oh, nie, heuer Guck mal, kann ich mit meinem Amulett noch reden? Nö, geht nicht Dann kann ich mit dem Hund eigentlich nicht angreifen Ach, der Hund schläft Ich habe gerade das Boot Ja, genau Oh, er ist benommen, Leute Nice Zwei Runden lang Das Papa benommen Er hat zu viel Alkohol getrunken Ach, klaus Genau Ja, mit den Soundalerts geht echt bei euch nicht Wenn ihr mit dem Handy drin seid Oh, das ist ja dieser Button Ne, das hören wir nur über Also, ne Ne, ich meine Was hast du das denn alles gemacht? Naja, wenn ich jetzt mit meinem Handy drin bin Da gibt es denn genau direkt unter mir So ein Button So ein Kopfhörermännchen mit Ablauf 1 drin Ja, aber für Bits halt Für Bits und ich für Ich weiß auch nicht, ob ich das einstellen konnte Ja, also Ja, sind da Aber halt für Bits und nicht für Kanalpunkte Hm Ja Ich glaube, auf Kanalpunkte kann ich das gar nicht umstellen Aber wie gesagt Ich fuchse mich da ja Stück für Stück durch, meine Lieben David, dann lass mich mal erst mal, ne? Oder kannst du irgendwas Krasse machen? Äh Ich hätte jetzt das Licht gemacht Kannst du dir doch auf die Mutti hinten machen? Äh Das ist nur eine Umkreisattacke, oder? Naja, dann müsste ich ein Stück nach vorne gehen Aber sollte funktionieren Nun kommen sie mir Na, warte, warte noch, warte noch, bevor du das machst Lass mir erst mal gucken, ob ich den Papa da wegkriege Und sonst Gib die Packung, ich hab dich dran gesucht Angeschlichen Und nochmal Nicht ganz weg Ist auch der stärkste Papa aller Zeiten Das soll man nicht vergessen Ja, das halte ich für ein Gerücht, aber Soll ich den Papa dann vorher probieren? Mach mal Ja, nee, eigentlich brauchen wir Papa Mutti hat auch nur noch zwölf Ja, mach lieber Mutti Warum? Das ist total hier nicht Ja, Papa Könnten wir doch an der nächsten Ey, mach, mach, alles egal Nur beide fast das gleiche Leben, Leute War jetzt die Fähigkeit weg? Was? Ich hab sie rausgezogen aus dem Dings Äh, Moment Oh Oh Ah, nee, ich muss sie sehen Das meinte ich ja damit Kann man da eigentlich Ich hab mir das Dashboard bei Discord ja noch nicht angeguckt Kann man da auch selber Sounds reinladen? Ja, kann Sound dazu führen Oh, geil Oh, geil Ich muss sie bald mir mal einen Soundpool anlegen Damit ich das überall verwenden kann So meine Leben Gleich kommt eine kleine Werbung Aber bleib bitte trotzdem dran Das wäre Tibi-Tobi So, Gift waren die ja auch resistent, ne? Gift brauchte ich gar nicht erst mal so gleich In 20 Sekunden Gift ist resistent, Digga Nekromantie auch resistent Alle anderen Zauber Doppelfeile und normale Angriffe Einfallen da um Schallresistenz sind auch zwei Ah, Säure brauche ich auch nicht probieren Ich wollte eigentlich nur einen SARS-Spell machen Wie sieht's mit Ah, nee, Eis steht hier zu nah dran Okay, dann mach ich einfach mir jetzt nochmal ein Fire Gutes Ich hab gar nicht mitgekriegt Wann ist denn mein, mein, äh So Kleiner Dämon draufgegangen Wo der Papa angegriffen hat Logisch Ah, okay Der hat für Usen den, äh, Hit getankt Ach, okay Mutti rette sich Anscheinend Was ist denn los mit euch? Warum rennt ihr da rein? Kackfischer Burn! So, Usen Ich hab ihn den Rest Sieben hat er noch Ich hab ihn den Rest Nice Ist er den Boden gesackt Der Sack Ja Irgendwas stimmt mit Papa nicht Beste ist, dass das Kind zuerst getötet wurde Ja, sorry Er stand im Weg Ja, ja, wir haben es kapiert Ich war mir eigentlich unsicher, wer eigentlich nochmal gekillt hat Aber jetzt weiß ich es nun wieder Er wollte Verstecken spielen Wenn er da im Weg steht, kann ich doch nicht dafür Er hätte sich lieber verstecken sollen, ne? Ja, ja, wirklich Ja, ja, ja Bei deiner Tochter, Uru, läuft's gerade aus Sie stellt sich im Weg, schubst du sie erst Warum hättest du im Weg stehen sollen? Komm mal Oder? So, vorstehen wir nicht mal eine Belohnung fürs Verstecken Ah, sorry Ey, hier ist der Truf verschlossen Ich glaube, das ist wichtig Die kommen eigentlich an den Loot von der Ollen, wo die hier oben auf dem Dach war Die haben keinen Loot Oh, nicht mal irgendein magische Pulver oder so Schön durch die Nase ballern Unerwartet, aber sind nur frei Warte, ich kann den Holztisch knacken Aber witzig, hab ich gedacht Ja Knack mal den Holztisch, Digi Liebeswerkzeug Ein Buch Olivers Tagebuch Das hast du dir jetzt verdient, das vorzulesen Sie sagt, meine Lunge ist zu schwach für den Rauch Aber was ist das für ein Leben, wenn ich nichts anderes mache, als rote zu melken Tag 7 Ha! Über unserem Dorf ist ein komischer Nebel aufgezogen Will seit Tagen nicht verschwinden Atmen wird immer schwieriger Mutter hat alles zurückgenommen und sagt, dass wir zur Stadt gehen und dort eine Weile bleiben sollen Bis er sich wieder verzogen hat Wir brechen in der Morgendämmerung auf Tag 14 Also quasi Tag 500 oder so Du sollt Du hast gesagt, ich sollt alles vorlesen Mach doch Ne, das ist jetzt wochenweise Okay Der hat 5 Wochen, hat er es geschafft Oder 7 Tag 14 Also quasi eine Woche später Wir haben versucht, hier wegzugehen Aber am Rande unserer Region treiben sich Kreaturen jenseits des Grabs herum Es ist zu spät Eine Woche später Die Rote sind alle besessen Sie reißen ihre Zähne ein Gehen brutal aufeinander los, bis sie sterben Und dann kämpfen sie wieder Die Schatten sind überall Direkt vor unserem Fenster Ich kann nur ein paar Schritte so weit ziehen Eine Woche später Ich bin noch nicht tot Aber ich werde hier sterben, oder? Ich kann kaum atmen Warum kommt der Fluch nicht in unser Haus? Warum holt er uns nicht endlich? Eine Woche später Ich halte das nicht aus Ich habe versucht, mein Leben niederzuschreiben Aber es ist noch nicht gut genug Ich bin zu schwach, um elegante Worte zu verfassen Ich werde sterben und vergessen werden Komme, was wolle Es wird sinnlos, sich hier zu verkriechen Wir können rein gar nichts gegen diese alles verschlingende Finsternis tun Morgen laufe ich in den Nebel Und ich werde lachen In Liebe Ein Landarbeiter Für immer unbekannt Das war's Schön So, ihr seid in der Zwischenzeit schon Drei Meilen gelaufen, oder? Ich habe gerade gesehen, Alex Du kannst mir, glaube ich, ein Elixier herstellen Wo ich meine Arkanen-Zauber wieder mit herstellen kann Von Stufe 1 bis Stufe 4 Kann ich? Ja, also es heißt Überlegen des Elixier der Arkanen-Kultivierung Also ich denke mal, Elixier der Arkanen-Kultivierung Würde einfacher heißen Und ich habe jetzt eine blaue Und die blaue stellt einen Dreier-Zauberplatz wieder her Okay Also man kann auch mit Tränken sich die Zauber Also ich zumindest Sich die Zauberplätze wiederholen Ja Kann ich machen, ne? Ich muss gerade mal so gesehen Jusen, ich habe dir mal noch ein paar Tränke Bei denen wir drüber gepackt Was auch so Gift ist und sowas alles Vielleicht kannst du nicht hier eher gebrauchen Du kannst, komm erstmal zu uns Und dann probieren wir es nochmal mit diesem Fluch brechen Vielleicht kannst du mir diesen Fehlfluch wegnehmen Also ich hatte im Fluch leben Ich meine, du hast die Du hast auch die Die Fee geschüttelt und Ich habe die nicht geschüttelt Na klar, du hast sie geschüttelt und auf den Boden geschmissen Wo sie drin war Und du hast auf den Knopf gedrückt, was du nicht machen solltest Ja, aber er hat sich, so wie sein Charakter sich verhalten würde, verhalten Ich hatte einen Knopf, den habe ich gedrückt Der war nicht umsonst da Also habe ich den Knopf halt gedrückt Hier ist irgendwie Wahrnehmung Ja, da wo ich stehe ist Wahrnehmung Ich bin noch nicht da, sorry Jusen, komm mal ein Stück ran hier Dass du Wahrnehmung machen kannst Kann man eigentlich hier auch im Spiel den Modus ändern Wie auf der Konsole, dass man so gesehen wie The Witcher das Spiel spielt Weißt du, dass die Kamera mal hinten fixiert ist und du läufst rum so Nee, das sind glaube ich nur auf Konsole Wo seid dann? Da hoch, okay Ich komme Jusen, jetzt bitte stehen bleiben, ne? Bin hochmotiviert dabei Sehr gut Wolltest du ja nur sagen, nicht, dass es am Ende heißt Aber warum hat keiner was zu sagen Muss ich jetzt noch nicht da ran, oder? Ja, bitte Du musst zu mir kommen Kannst auch zu mir kommen Okay, feg ich ja Wahrnehmung ist komplett fegschlagen Dann ist es dir auch egal Pallda, versuch erst mal den Fluch von mir wegzunehmen Ja Bevor wir es vergessen Ich mach's von hinten, ja Ja, von mir aus So eine Falle habe ich nicht ausgelöst bis jetzt Von da mag ich es süß Oh, Fluch brechen Ja, nice Der Fluch ist weg, vielen Dank Können wir speichern kurz? Äh, fahrt Ich bin im Kampf Ja Aber der wird doch nicht Alter, wie viele da kommt Nee, also ich könnte jetzt speichern Nein, nein, du bist doch nicht im Kampf Alter Bitte speichern Nein, bist du behindert Dann sind wir, spornen wir immer in dem Kampf Nein, gar nicht Natürlich Ich krieg Riesen auf die Fresse hier, Alter Ja Du musst mir auch gleich erstmal eine erhöhte Position suchen Lockst du sie von da weg, Alex? Ja, ich glaube nicht, dass ich dort überlebe Okay Ja Okay Krass Das letzte Speichern war vor 25 Minuten Dann müssen wir das jetzt trotzdem schaffen Zum Glück haben wir ein bisschen Unterstützung, wie das aussieht Nee Nee, die sind Gegner Nee, die sind tot Müsst ihr ohne mich schaffen Ja Ja Oder die Weiche Ist jetzt halt die Frage, ob wir versuchen, so erst mal von da weg zu locken, sodass wir immer alle laufen müssen, weil ich bin Dadurch, dass wir von unten nach oben kämpfen, bin ich im Nachteil Ich würde sagen, wir gehen hier auf die Hinter den Wurzeln Machen wir auch noch einen kleinen Stützraum Und du könntest vielleicht hier bei dem, wo jetzt alle stehen, eine Ölfütze machen und der könnte vielleicht Feuer raufballern Ja, hier ist auch eine Fackel Wenn ich die Ölfütze um die Fackel hinter dir mache, wird sie auch gleich entzündet Ja, hinter mir bringt nichts Da, wo jetzt gerade alles stehen Das wäre ganz praktisch Da, wo gerade Charlene auch in der Mitte liegt Ja, muss ich gleich hier ein Stückchen rumlaufen, damit ich da hochzaubern kann Dann kann ich auch einen großen Flächenzauber machen Wenn der wird dann noch den Meteor, falls er das kann, raufsetzen könnte, dann wird sie erst mal alle brennen Wäre erstmal cool Das zieht aber nicht so viel ab, wie wenn ich ein Meteor schauer oder sowas mache Das macht wesentlich mehr Schaden Ja, weil ich jetzt noch E-Tot kann nicht was Großes hinhauen, wo die ganzen Viecher jetzt sind Ja, mit dem auch Feuer kannst du jetzt was raufballern, ja War ja so der Plan, dass wir gleich Dann bleiben wir hier auf der Wurzel Aber dann können die von oben die erste doch angreifen Naja, aber wenn wir vorne den Eingang vielleicht dicht machen, kommen die hier eventuell nicht runter Ja, zeig mal an mit diesem Pippen Moment, was sollen wir dicht machen Ah nein, ich wollte nicht Halt, hier Dass wir hier irgendwie dicht machen, also die Treppe quasi Weil dann können die eigentlich nicht hier runterlaufen Ich habe auch noch einen Zauberölfützer Aber wenn du die dir jetzt rausnimmst, dann ist das wieder ein Zug, ne Also müsst ihr mir jetzt sagen, ob ich dann rumlaufen soll Wenn, die kommen ja bestimmt hier bald schon runtergelaufen Und er einen Meteor-Schauer machen soll oder eine Pfütze Ich bin für den Meteor-Schauer Ich auch Ich bin erst nach euch dran Ich könnte zwei Eistypen spawnen und wenn die sterben, dann explodieren die auch nochmal Achso, ich schon selbst Machen, Liggi Dann kriegen wir vielleicht ein bisschen weniger Schaden Kannst du die aber irgendwo so vor Usen noch hinzaubern? Ich glaube, die spawnen genau vor mir, also ich kann keinen Platz auswählen Obwohl hier ist ein großer Radius, aber es wird mir keinen Vielleicht, weil wir zu dicht ineinander stehen Ich gehe jetzt erstmal zur Treppe, oder? Ein Stück vor die Treppe, aber auf die Treppe würden wir das halt alles Ja, okay, ja? Dann drehe ich noch ein Stück nach rechts und dann ist super So, ich bitte mal die zwei Eisdinger spawnen So vorne auf die Treppe Kannst du noch mit dem Bogen schießen, Usen? Ja, kann ich, aber ich will erstmal gerne wissen, was die so für Schwächen haben Ey, das ist einer, da standen zwei Nur einer Level 7 mit 21 Leben Die haben nekrotische Resistenz Der Dicke hat auch Feuer-Resistenz und Kälte-Resistenz Okay, ich mache erstmal die kleinen Nagel-Plan Und Blitz-Immun Also Blitze brauchen wir hier, glaube ich, gar nicht machen Also die kleinen kann ich alle mit Feuer machen und die Dicken dann nicht mehr Ja, genau Die kleinen haben nur nekrotisch, was ich jetzt sehe Ich habe auch immer noch einen Zauber bei, wo ich Ja, nein Hätte ich nicht erwartet Das war nur ne Rauchbombe Ich habe gerade ein bisschen wie das so Ja, deswegen gebe ich dir so ein Stuff halt auch immer Und manchmal auch ein bisschen was Alex und David Also auf jeden Fall die Sachen für die Klingende Der Dicke war nur dir und Alex Alex, ich könnte dich heilen, dann stehst du auf Aber dann hauen sie dich gleich wahrscheinlich wieder Ja Und du stehst genau Äh, naja, das macht mein Könnt man nächste Runde machen, dann könnte ich ein Heiligtum, glaube ich, auf ihn machen Könnt man auch machen, dann heile ich dich Yuse macht das Heiligtum auf dir Und dann können die dich halt, nicht Also weiter angreifen, aber du machst keinen Schaden Du kriegst keinen Schaden Von mir aus Erstmal wächst du für den Moment Warte mal, ich muss kurz mal gucken, ob ich es noch habe Theoretisch müsstest du dich dann selber heilen können Solange wie du dich nicht bewegst und so Müsst du Heiligtum weiter bestehen Vielleicht schaffst du ja auch nächste Runde den Überlebenskampf Und dann brauchen wir dich eigentlich nur schützen und dabei dann danach heilen Ja, genau Aber dann machen wir das so Dann beendet Yuse und du eure Züge Außer wenn er noch was machen könnte Und dann versuche ich mal da Aber ich habe leider keinen Heiligtum, sehe ich gerade Ich könnte dich höchstens vor Magie Also muss ich auch zu dir hinrennen Aber bringt mich, die sind nicht magisch Die hauen ja so zu Ist aber die Frage, ob mich Paila mit seinem Meteor dann tötet Deswegen würde ich den ja eher erstmal auf die unteren hier machen Wo du nicht zwischen dem Dicken und den beiden Hansels stehst Achso, okay Das war so der Plan Aber ich kann es halt noch nicht machen, weil ich noch nie dran bin Das war schon mal eine Eisschelle Alter, jetzt ist da eine Eisfläche unten Na, jetzt sind die da Weil man ist die Eisfläche da Ja, ist doch schon mal gut Okay, ich komme nur bis hier vorne Mal gucken, ob das reicht Das geht's nicht, sonst treffe ich Obwohl, warte mal So sollte ich Alex nicht treffen Ich glaube, das Treffen ist eigentlich egal, wenn er tot ist Nein, ist es nicht Ich bin nicht tot Ich bin im Überlebenskampf Du bist ja nicht im Überlebenskampf Ja, aber du hast ja kein Leben Doch, also in dem Sinne schon Im Überlebenskampf kann Piler mich trotzdem töten, wenn er ein AOE-Damage macht Ich müsste noch ein Stück weiter laufen Dann bin ich wirklich richtig tot Also Also ich kann Wo packt er jetzt hier rum? Hier Das funktioniert Okay, nice Das lief ganz gut, würde ich sagen Piler, das war immer mehr als gut Sind sie jetzt alle down? Ja Krass Die sind alle tot Und noch ein großer Die beiden Einer um Alex rum Kleiner Und der andere ganz große Jetzt guck mal bei mir Guck mal bei mir drauf Ich habe jetzt zwei Todesdinger gekriegt Ja, stimmt Durch die Explosion Toll, toll Piler Wir haben doch gesagt, du sollst Alex nicht töten Du, ich konnte nur da in die Mitte klicken Sonst hätte ich nur die hier vorne getroffen Das ist egal Und der Rand hat genau vor Alex aufgehört Deswegen habe ich ja den linken nicht mehr getroffen Ich bin das ja schon gewohnt aus dem Schattenreich wieder zu kommen Jetzt sieht er schon aus Hat schon eine Dauerkarte Oder Stimmung, kann man machen, ja Wer ist dran? Pailorus Ja Ich kann nur noch eigentlich meinen Zug beenden Oh, okay Wann die denn da oben? All die sich jetzt alle da oben Okay, die waren David David liegt, das ist nicht gut Wann kann David helfen? Immungegen gequetscht Oh, jetzt kommt er zu mir Na, was wollen wir denn? Ich bin tot Ah ja Cool Okay, ein Problem, weniger Leute Was tut David? Hm Jetzt ist er hochzaubern Ne, leider nicht Und stehst du mir so Du musst, glaube ich, erst ein Stück zu mir kommen Dann kannst du vielleicht hochzaubern Ich könnte ein Stück hier hingehen Ist manchmal der Winkel Ne Ich bin nur ein Platz, sagt er mir Doch, hier Da Ist es nicht immer wieder schön, das Kanonenfutter zu sein Aber der dicke ist Feuerresistenz Meinte, glaube ich, Alex Also dem tut das nix Na, nur ein bisschen Aber Aber der hat ja auch 20 Leben Der tankt den quasi erst mal ein bisschen Achso Und ich von den kleinen Ah nee, den kleinen kann ich erst nicht so und anbreiten Aber dann lässt er mich wenigstens erst mal in Ruhe Du Opfer Was magst du dir? Was magst du dir? Darüber bist du Stern, Junge Weißt du, an den dicken muss ich dich da ran Aber ihr müsst mich Aber hier kannst du nicht wegkloppen, was? Ähm, David Ihr müsst mich aber nicht für 200 Gold wieder kaufen Jetzt kommt er ja an mich ran Jetzt könnte er ja so eine Schriftrolle verwenden Ja, ich hab vier Stück Ja, ich hab fünf im Inventar Also Davon haben wir ja genug Die letzten Also Müssen wir leider 200 zahlen, schade Säure könnten wir auch machen Säure würde gehen Necromantie würde gehen Die letzten Male Da mussten wir mich ja nur wieder kaufen Weil ich da an irgendwelche Klippen runtergefallen bin Oder an Lava lag Ja, stimmt Stimmt Unerreichbar, ja, stimmt Du wirst ja immer wieder zeigen, dass du unerreichbar bist Okay Egal, ich wüsste auch nicht, was das soll Aber Anscheinend Hat das Spiel was gegen mich Du musst die Augen aufmachen, Mr. Hans Guck in die Luft Sagt der Richtige, der immer vorrennt Naja, wer ist denn jetzt hier am Anfang gleich in den Kampf Weil Und Dumm, dumm Na komm, wir hättest du runter, du Wixi Lächerlich Deine Kugel ist gleich immer dran Oh Ich kann die Kugel heilen Okay, hat er sie angepultet? Na, so kann er sich vielleicht heilen, wer weiß Aber er brennt und Säure ist auch dran Also, der kriegt schon doppelt So, Jusy, dann knüppel mal den vor dir oben, würde ich sagen, oder? Okay Bei den nach oben müssen wir da ein bisschen aufpassen, du darfst nicht in David seine Feuerkuppeln Nice Händungshof hat auch geklappt Jusy? Ja Kannst du noch laufen? Ja, ich würde springen sogar, weil vor mir irgendwie was Rotes ist Ja, dann lauf mal hier zu mir Kannst du mich im nächsten Zug vielleicht mit einer Schriftrolle schon wiederbeleben? Juppjupp Oder kannst du das vielleicht jetzt noch? Ich probier's gerade Ist das ne Aktion? Ja, die Schriftrolle ist leider grau unterlegt Ah, das ist ne Aktion, okay Aber ich kann erstmal hier vor dir stehen bleiben und wir denken 32 war gar nicht schlecht Ich könnte ja mal hier so ein Pfeil mit magischer Dunkelheit machen Guck ihn mal noch ein bisschen an Probier ich aus, ich hab klar gemacht, was probiert Und dann versuche ich dich hochzuholen Siegenblinden Aber erst nächste Runde, was Petersen macht mit Dann Aber eigentlich soll ich jetzt erst den Feuerball angreifen Mal gucken, ob der hat überlebt Und ob der andere überhaupt aus seiner Nee, da kommt zu mir Das war klar Alter, okay, mag er dich nicht Aber ob ich schenke ich gar nicht verstehen Ist ja nie wieder 8 abgezogen Nice Den machst du alleine mit der Kugel, Alter Aber ich bin auf jeden Fall gefesselt Also ich bräuchte denn Unterstützung in der nächsten Runde Versuch erstmal gleich Schotty draus zu holen Hä, weil ich mich immer noch grau unterlegt Zauberwirken blockiert Ah, wahrscheinlich Hä? Nehmen wir so Zauber Schriftrolle wiederbeleben Ja, bei mir steht da drunter Rot Ja, Peiler, du kannst dich nur nicht bewegen Ich weiß Aber wenn er mich nächste Runde haut, bin ich vielleicht tot Na dann rennen da ran bei dem Schatten verfluchten Dings da Und dann Ich müsste eher an Alex seine Richtung Aber ich kann mich nicht bewegen Ja, ich könnte dich heilen, wenn du möchtest Ja, Peiler auch gerne machen Aber wie gesagt, Jusen kann er jetzt eh nichts machen Dann soll er den Dicken hoch erstmal angreifen Jo, ich überleg grad Zielpunkt nicht erreicht Cool Ne, ist ein Baum im Weg Musst vielleicht ein Stück rum kommen Leider, gib dir halt Heiligtum, dass du die nächsten Runden kennst Ne, du willst ja angreifen Ah, Mann Von 4 bis 11 kriegst du natürlich 4 Man muss ja auch mal Pech haben Ja Ich könnte den Zauber hier anwenden, dass meine Fernkampfangriffe zu Nahkampf angriffen werden Also Dann könnte ich meine starken Fernkampfzauber im Nahkampf gegen den Typen vor mir einsetzen Ja Ich kann ja erstmal gucken, was ich so treffe Ich muss bloß Sachen nehmen, die Jusen nicht treffen Eis ist ja auch resistent warm Ja, also kann ich nur Säure eigentlich machen, weil Nekromantie Ja, Säure Könnte ich nur Knochenkälte machen Ja Den Zustand hast du aber drauf, Peiler Du kannst deine Dicken jetzt so machen Die werden als Nahkampfangriffe geführt Achso, generell meinste Ja Du hast Varkalsige Nähe Einmal nur draufklicken, zack, dann sind die im Nahkampf alle Genau Ne, jetzt hast du's weg gemacht Jetzt hast du's wieder an, genau Ja Ich hab gedacht, wenn man einmal Ich muss erst draufklicken, damit ich's anmache Aber er zeigt euch ja auch an, welche denn gehen Dann mach ich den Säurepfeil, würde ich sagen Er macht halt am meisten Schaden von dem, wo er nicht resistent gegen ist Ja, mach dort 30% Warte, ich hab noch was, was ihn weghauen würde, eventuell Soll ich den vorher setzen? Naja, mach mal Nice Cool Ja, jetzt bin ich zum Rücken zu ihm, kacke Ist das mein Problem, Jusen? Ja, in dem Fall schon Krieg's zurück Wird sich mal anders hingestellt Jetzt kann ich das halt nicht mehr machen Wird ich wieder schuld, weil du falsch stehst? Ich lieg hier ein bisschen rum Das bringt nichts, da steht Jusen daneben Geht aber, wo ist der Säurepfeil? Hoffen, dass die Fitze dürfte, wenn ich ihn hinten in die Schulter schieße, nicht Jusen treffen Wollen wir mal gucken Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm Na, kritischer Fehlschlag Aber ist jemand Säure belegt? Ja Man wartet, würde ich sagen Danke, Alex Was? Sagt er, dass mein Zug noch nicht beendet ist Ja, Jusen gibt die Packung Nein Lass mich in Ruhe Ach, der fight hat immer noch mit der Kugel da oben Auch Ich sag, er hat die Kugel machte Und den brauchen wir uns ja nicht kümmern, Alter Oh Nächste Runde ist er down Der hat nur noch vier Soll ich den Vierer da oben jetzt wegkloppen, oder? Nee, greift lieber den Dicken mit an Ja, wäre auch so Der stirbt eh nächste Runde Also Ende der Runde, wenn der Feuerball wieder dran ist Ja, und wenn er den Feuerball vorher wegkloppt, hat er wenigstens seine Aktion verbraucht, also Richtig, und kriegt er trotzdem noch Brandschaden eigentlich, weil er ja noch rennt, neben dem Feuerball Oh Also ich glaub, der könnte so sterben, David Na, jetzt hast du aber den weggemacht, den Feuerball Ja Dadurch, dass du den Mondstrahl beschworen hast Ach so Ja Ist ja ne Scheiße Solltest du deine Fähigkeiten mal durchlesen Naja, oder halt ein bisschen weiter rauszoomen, dann sieht man ja auch, dass der Feuerball normalerweise rot wird Dass er sich dann auflöst, wenn du das auf ihn wirkst Nee, warte Der Feuerball ist ein Beschwörungszauber Ach so, hat der sich aufgelöst waren 10 Runden Nee Nee Aber der Mondstrahl ist ein Hervorrufszauber Und das andere ist ein Beschwörungszauber Ja, aber vielleicht hebt Hervorrufung Beschwörungen auf Nee, ich glaub ja die 10 Runden waren rum Nee, das waren auch noch keine 10 Runden Nee, waren nur 6, wa? Ja Ja, maximal Also ich würd sogar sagen noch weniger Nee, na Jusen hat Jusen seinen Bärenschrei ist jetzt 4 Runden vorbei und darauf hat er zu... Ja Ja Soja, also 4, ja So Jusen gibt's ihm erst mal Packung oder wird auch... Nee, du bist ja nicht Ich hab schon gemacht Ich hab noch eine... ich sag mal ich könnte nochmal extra Dings machen, aber... Ich denke, wir schaffen das auch so, ohne dass ich so ein extra Zug der Beispiele schwöre Das ist ja nur der Schwächste nicht da, das ist ja okay Zu dritt schaffen wir das schon Treff ich Jusen Ja, oder den da rum Treff ich Jusen Ja, oder den da rum Peiler Santenvolle Mach was Leichtes noch den 4er weg Ja Treffen nicht Das ist genau die Kante zwischen Das gibt's doch nicht Wenn ich bist du bewegst, geht's denn? Na ja, ist ja festgegangen Ich kann mich ja nicht bewegen Das ist ja gerade Kannst du nur ein Alchemiefeuer oder sowas da hochwerfen? Äh, warte mal, ich versuche mal Aber nur 20% Trefferquote Dadurch, dass ich halt auch gefesselt bin Das ist halt gar nichts Schaust du schon? Ne, geht nicht Obwohl da 20% steht, ist es ausgegraut Ah, liegt das unterbrochen Na ja, na dann Ich weiß nicht, mach einen normalen Pfeil auf den Typen Normalen Pfeil, na geht nicht Ich hab ja gerade den Bogen nicht ausrüstet Ich hab den Bogen nicht ausrüstet Ich hab den Bogen nicht ausrüstet Den Bogen nicht ausrüstet der säure pfeile könnte auch user wieder treffen wenn da eine säure pfütze noch machen damit traffic usen eigentlich nicht zumindest von dem was auf dem boden angezeigt wird dann steht da wieder richtig in sorgen 65 prozent trefferquote ist besser als 36 8 getroffen er kommt runter kannst du rundum schlag machen dass du beide triffst nicht nur eine seite angreifen wenn man konzentriere ich auf den dicken user also mit dem licht könnte ich den klein platt machen ja dann mache erst mal nicht bei ihm dann nicht weg ich kann es bewegen das geht dann auf den kleinen okay das nur ein bisschen weiter außen machen ich habe ich noch gegen feuer war ja resistent ich versuche mal dass man muss immer bloß hinten irgendwann seine füße ran glitschen damit die musen nicht treffe jetzt geht er wieder nach da oben ich könnte jetzt noch mal das licht auf den glück haben nach 20 schauen er hat noch 14 leute kriegt das denn sollte klappen wenn du hast du oder du wirst schau den hoch ok hat doch 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 ich habe es genau nicht in die säure laufen leute ach nee wir sind aber noch voll gespritzten ich bin auch umgefallen kann mich mal einer hoch holen durch die restliche säure die an und sie klebt hat so wollen sie wollen mal kurz wenn man eine kurze rast machen damit wollen wir nächsten wieder voller ich müsste ich auch mal auf klo deswegen werdet ihr ins praktische und wieder voll leben ja naja ich wissen in der folge leben haben wir dann nicht aber wenigsten mehr als jetzt dann machen wir eine kurze rast jetzt sofort und speichern voll alex wir haben zweimal wir haben gleichzeitig gedrückt werden doch kurze rast gemacht ich habe ja gefragt er noch nicht war auch schon drauf ich wusste nicht dass sie das auch machen können naja klar jeder kann das bis gleich aber ist ja nicht schlimm dafür ist ja die kurze raster so wurscht habe ich jetzt gemacht auch mann ich bin doch halt was macht mein herz verdrückt bis gleich hier mein hilzhut absetzen und war da oben wird eine kiste muss ich die aufmachen ja natürlich doch ein schlüssel in der alt rück sind sie ist ja ich bin grad hoch und wieder runter geflattert ich hab mal gar nicht geguckt na dann warum hast du den schlüssel jetzt nicht mit ihm genommen warum sollte ich ich kann den auch aus deinem inventar wirken ist ja gerade vorbeigelaufen wollen wir nicht was gutes in der truhe wie gesagt ich kann den auch aus deinem inventar wirken ich muss den nicht aufheben ja du hättest ihn ja gleich aufnehmen können als du gesagt hast dass da ein schlüssel liegt also da war ein ring drinnen selbstverbrennung selbstverbrennung stecke dich in brand um hitze zu erhalten okay naja gut wenn man jemanden hat der quasi feuerimmun ist ja immun ja mentale befangenheit habe ich auch noch ein ring wenn ein gegner bei einem rettungswurf gegen einer deiner zauber oder einer deiner aktionen scheitert erleidet er zwei züge lang mentale erschöpfung mentale erschöpfung macht erleidet für jeden verbleibenden zug ein malus von minus 1 bei rettungswürfen auf weisheit intelligenz und charisma na ich würde das gegen den unsichtbar dings bei mir tauschen wenn dann dann mach das wo ist der bei dir das hier ring der mentalen befangenheit fxing einほど okay die 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 So, Yusen und Paila sind jetzt nicht da, ne? Ne Dann würde ich sagen, dann gibt Yusen mal seine armen Brust Paila Dann kann Yusen nämlich den Dunkelfeuer Kurzbogen da wieder nehmen Der ist besser für mich, sagst du, oder was? Ne, dass du deine armen Brust Paila gibst, weil er kann keine Bögen tragen Achso, der trägt gerade einen Bogen, oder was? Den Bögen kann er nicht tragen Dann ist er wieder zu schwer und kann er nicht zaubern Genau Aber kann ja auch nicht sein, dass Paila nicht angreifen kann, wenn er keine Zaubersprüche hat Dann ist er auch dämlich Aber Dann ist es ein Bogen, also ein Dingschießen Dann nehme ich den Bogen der Fehlheit einfach Aber du müsstest ja irgendwie halt erstmal selber aus dem Himmel nehmen Dann sollst du den anderen Bogen nehmen Den Dunkelfeuer Kurzbogen unten, den sollst du nehmen Achso, hast du mich schon gegeben? Okay Der ist bei dir drinnen, ja Genau Und bei Paila packst du, ich packe Paila die armen Brust rein Dann kann er sich die ausrüsten Okay Na, wenigstens eine Fernkampfwaffe, falls doch mal irgendwie ein Zauber nur 20% wirken kann oder so Dann kann er wenigstens mit der Fernkampfwaffe angreifen So wie gerade bei dem Gegner vielleicht Ja, genau Dann brauchen die nicht den, ich sag mal, teuren Zauberverbrauch Genau Wenn man mal nichts machen kann Hast du jetzt auch die Erfahrung bekommen durch den Kampf, obwohl du nicht dabei warst? Alle können die Erfahrung sagen Äh, ne Hast du nicht bekommen? Ich glaube nicht Ich sag, warum du mit dem Level hinterher hängst Aktuelle Erfahrung 2099 und ihr habt 2359 Gut, äh, gespeichert hatte ich jetzt glaube ich schon, ne? Weiß ich nicht Kannst du ja nochmal machen Könnt ihr überhaupt mal vorlaufen in zwei Minuten? Ne, ich laufe hier nirgends um ein alleine Wieso denn nicht? Ja, geh schon mal die Leiter hier hoch Da brauchst du nicht, da waren wir schon Achso Da war ne Kiste Da war tolles für dich drinnen, aber wir werden es dir nicht geben Ist doch gut, dass der Hund die ganze Zeit da hinten stand, David Ich hab ihn nach vorne geschickt Aber, äh, war der Cup vorbei Der Hund macht ja eh kein Damage Der ist ja eigentlich hier für Wahrnehmung nur da Beziehungsweise zeigt er uns, wenn irgendwo was vergraben ist Okay Boah, wie ist das so mit hoch? Boah, jetzt setze ich aber meinen Pilzhut wirklich an Sonst musst du nochmal drücken, David Kein Problem Kein Problem, das macht er doch freiwillig Ich hab noch 12.000 Punkte Ja, tut mir leid, da hätt ich vorhin beim nebenbei einstellen Wo ich die neuen YouTube-Videos geschnitten hab Da müsste auch, äh, knapp vor einer Stunde oder so eins rausgekommen sein Wenn ihr da mal vorbeischauen wollt, meine Lieben bei S&G präsentieren Da ist auf jeden Fall ein neues Baldorsgate-Video draußen Wir hängen aber bei unseren Videos immer so Monat hinterher Boah, Minimum Das ist einfach so viel Und wir wollen die Folgen halt nicht, äh, drei oder vier Stunden Folgen machen An knappen Stündchen reicht immer, find ich No So Paila, du hast jetzt ne Armbrust drinne, rüste die mal aus wenigstens Oder guck erstmal, ob du die ausrüsten kannst Was sollte eigentlich Armbrust, oder? Bei dir im Inventar Da oben Ja Schon wieder Wahrnehmung, ja Ne, ungeübt steht da wieder Wieder ungeübt bei dir? Dann muss er so ne Hand-Armbrust haben Das gibt's ja auch noch Aber die Die Einheitsverdings, die ist doch eigentlich Ne, das ist glaub ich ne Spiele Armbrust Leicht Ne, ist leicht Okay Beim Umgang mit Kriegswaffen oder Hand-Armbrusten ungeübt Aber brauche ich doch nicht, Leute Ich hab doch nen Zauberstab, mit dem kann ich immer nen Feuerball machen, immer Ja, weil Die Situation wie eben grade hat er gezeigt, dass wär echt Ne Ne Armbrust besser wäre euern Brust Gut, aber wenn er sie wirklich nehmen kann, dann bringt's das auch nichts Naja, dann ist das so War ja jetzt noch nie Oder ist diese Dunkelfeuer-Kurspunkt so krass? Ne Ich hab Feuer und Eis-Resistenz, ja okay, aber Schon gut Eigentlich ziemlich gut Sag mal was Jusen Äh, 1, 2, 3 Okay Also Ich, äh Also wann, wann machst du schon mal mit der Armbrust einen Schuss? Alter, du hast nen Unsichtbarkeitsring gekriegt, David Na, schon öfter Na, schon öfter Grad bei deinem Pfütz oder sowas davor ist, da muss ich ja Fernkampf machen Ne, den Unsichtbardings hatte ich schon vorher Ja, ich grad auch richtig was für Alex Kann ich schon Ich behalte den Kurspunkt, dann gehen wir weiter Ja Wir haben alles gut Ja Für Regen Ja Dann dackeln wir weiter, würde ich sagen Oder was Äh, kommt mal zu mir Bist du denn da hingekommen? Einfach wieder rumgelaufen, ne, um die Ecke Ich hab hier nämlich wieder Wahrnehmung Ja Hier ist wieder irgendwas Hm Rumgelaufen, sagt er Ja, runter da, bei der Brücke vorbei Ich glaub wir sind falsch Oder? Hm Äh Ich wusste jetzt schon da unten, aber wir müssen rumlaufen wieder Habe ich ja gesagt, da unten bei der Brücke vorbei, ja Ja Ich bin da Ich will laufen Ich bin auch gleich da Na, kommst du noch ein Stück nach oben, Jusen? Dann kannst du schon mal Wahrnehmung probieren Oder David schickt seinen komischen Hund da rein Na, dann komm zurück Fegelstern Müssen wir einen anderen probieren Auch Fegelstern Fehlt nur noch David Und der Hund Ja Noch weiter vor David Er wird erst mal den Hund probieren Er wird erst mal den Hund probieren Er wird erst mal den Hund probieren Ja,kannt Performance Mir war auch Fehlgeschlagen bei David Auf jeden Fall ist hier oben eine Kiste Alex der Hund läuft von alleine hast gesehen wo ist eine küste alter schon wieder da bin ich doch aber auch lang gelaufen oder ist es das das ja wirklich magst du uns nicht dann müssen wir hier mit den fackeln rumrennen damit uns es nicht dauernd passiert oder ist wirklich hier hinter jeder ecke in hinterhalt weil die kürze weil die geöffnet hat ich habe nicht geöffnet bin da gerade erst lange laufen ich habe hier unten gerade auch in irgendein gefäß aufgenommen mein problem ist jetzt eigentlich gut müsste ich jetzt dahin wo alex ist okay also david und jordine und wir beide in der kombi peilerus ich muss nach oben am besten dahin wo alex es muss ich dann aber gucken wir nicht dran also david kommt da hinten auf seiner wurzel klar du stehst eigentlich schön und mittig wird das eigentlich auch schon mal gut weiter der explodiert der sound war bei mir weg ja ich habe auch gut kassiert auf jeden fall ja ich komme hier unten nicht dran vorbei weil direkt einer vor mir steht okay ich habe drei gegner kannst du mir irgendwie helfen peilerus oder piloten selber ein gegner bei sich ich komme nicht um ihn rum oder warte doch hier ist der rote pfeil nicht ich könnte denn dann kann ich laufen dann noch kein pfeil ist dann ja da hoffe ich hier rüber machte lieber von entfernung platze tut weh wenn er platzt was machen wir anderen schicke ist glaube ich versuche es noch mal mit zerbersten oder hat er der ist nur resistent gegen die kommen und dann wird benutzt das ist sehr gut und gut ich komme mit den drei glaube ich ganz gut klar ich helfe dir trotzdem die macht den kleinen noch erstmal bei dir unten platt er hat aber erst mal dein danke bitte aber einer ist weg ist das schon mal gut mit der anrösten noch vergesst nicht alex hinter der truhe hinter der haupt noch eine ambush ja weiß ich okay gut extra zu bräuchte sich sind jetzt weiter ich hätte okay ich hab dir auch der kommt zu er geht ja toll hatte ich sogar zum helfen ja er hat geklappt ok ok ging aber noch ganz gut ja ok kritisch auf alle richtige machte meine alte gut gut jetzt die explodieren zum teil 22 hat er nun formeln einmal guck mal wenn es bei alex gut läuft wer weiß könnte vielleicht sogar beide abstechen die vor ihm stehen dann hat er nur noch das problem mit dem gut hinter ihm könnte bei jungen erstmal weg bauen ja den großen hat er heute bei mir weg und den anderen auch und er hat den rettungswurf geschafft und du auch nice sehr schön hat er keine explosions schaden bekommen oder was war bei dir da unten josen alles gut das mentale erschöpfung ich glaube dass da der dude ist ja nicht explodiert er hat es auf ihn gemacht oder die haben es beide der gegner und josen haben ist also ich dann diese nageplage bei mir oder wer der dazu ja ja den übernehmen ich auf jeden fall macht den platten kann ich jetzt entscheiden ob ich den hier unten angreife den vor mir oder den da oben mit den da habe ich noch nicht gemacht bei euch bei sie doch diese gegner jetzt kommt jetzt mal hierher gerannt und ich halte mich kurz nur zur sicherheit alle alle drei in einer reihe da vorne machen die letzten zwei ja gar nichts gegen mich machen ich bin einfach unbesiegbar okay leute weiter ich probiere hier vor uns mache es mal ich bin der letzte ich habe ihn und rettungswurf auch geschafft sagen aber nur hat den du da oben er hat aber 14 schaden gekriegt okay ist egal der typ ist weg kann von hier nicht so besonders wo mal ich gehe mal traffic von da noch was verängstigt sehr gut okay ich probiere mal leute nee warte mal nein 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 jose gehen da nicht haben wir machen okay wir machen hat fix nämlich den schaden kann ich jetzt die truhe aufmachen schlüssel gefunden alex schon offen die truhe weiß ja nicht ob die für die truhe oder vielleicht für ein haus hier ist wir brauchen uns die schlüssel nicht hin und her machen wir können die aus dem inventar von dem anderen wirken du musst die heiltränke nicht schlucken wie tic tac ja dick aber ich bewegt ein bisschen vorbereitet sein ich habe auch schon ein paar zauber gemacht ja aber wir können auch mit lange rast und kurze rast arbeiten die heiltränke die kriegen wir nicht an jeder ecke hinterher schmissen die sollen wir eigentlich im kampf nehmen genau weil wenn wir uns nicht gegenseitig heilen können so dann haben wir wenigstens jeder noch ein arsch voller tränke so war zumindest ist die idee deswegen ist jetzt nicht mehr tun einfach bloß bescheid sagen weil dann können wir darüber diskutieren ob eine rast machen oder ob einer von uns nicht heilen kann bis jetzt haben wir fast alle können ja fast alle einen heilzauber sprach oder oder und ecke ich kann auch ein heilzauber so ja ich kann auch ein das leuchtet auch wahrnehmung hier bei david hier da ist ein bau ja da ist das dunkel fackel ne brauchst du da nicht runter die beiden sind doch da da geht's glaube ich nicht wirklich weiter aber die haben am bau gefunden dieser ring familienring ja stimmt todesrettungsruf plus 2 eisenholz knöpseln todesrettungsruf regen plus 2 werdet nicht was für dich wenn du dauernd auf dem boden rum liegst jetzt hast du das dann vergessen ja auch immer von euch auf dem soundboard dauer drum drückt einer weiße seite bleibt ein ewiges geheimnis könnte davis als könnte ich sein hier kann geht's hoch mit dem da hinten sprechen ecke ich kann mit vögel sprechen liegen leichen darum war schon maß zu schauen das wieder eine truhe ich spreche mit dem rahmen warte doch mal was soll ich meine katz guck mal da ist ein billig der witcher ja immer immer so was manchmal ist es zwar unpassend kommt vielleicht nicht genau dahin wo wir uns das ja mit dem weg das kommt du kriegst damit diese fehlversuchswürfe wieder weißt du die wiederholung die mordete sind die raufe 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 finde ich gut Ja. Heilkleriker. Through it, I can summon her spirit and force her to face trial for her crimes. Schneller reden. My reasons are of no consequence. Your soul sparks with vengeance, with fury. This is your chance to torment a murderer. To make her suffer. Will you take it? The death of heroism is close, I see. Go to the distillery, the one she calls the waning moon. Find the ledger and bring it to me. What? Was that not already? Okay. You can try to try again with the raven 1 to quatsch. But do we not have that book? Oh, look. I know. We are already in the rei. We are already in the rei. We are already in the rei. I have a look with the kre. Yes? What do you say? Oh cool. Yes, I have a soul on me. I have a soul on me, so that I can speak. You have a soul on me. Okay. You know what our mission is. I will not be done with the Physical см YouTube. Aber du verreckst, Alter. Ich habe eine Löwe frisst. Der mitquatscht. Quatscht jetzt auch mit der Kerl, oder? Erzählt der jetzt das Gleiche? Nee, nee. Der quatscht nicht mit der Kerl, der quatscht mit dem Typen. Doch, das ist das Gleiche. Ja. Okay, dann haben wir es wohl noch nicht dabei. Wo ist denn die Brennerei? Ach, die ist unten links. Da wollen wir noch gar nicht. Na, dann gehen wir da jetzt hin, würde ich sagen. Dann können wir die kleine Nebenquest gleich abschließen. Da kann man hier hin teleportieren. Zu dem Schatten. Soll nicht so weit laufen. Was? Schatten? Schattenstachtfeld, oder was? Schattenstachtfeld. Ich nehme immer noch alles mit, was ihr hier oben liegen lassen habt, ne? Ja, danke schön. Ah, okay, okay, okay. Einfach nur David hinterher. Einfach so weit geht, Leute. Da, wo David ist, ist auch der Kampf. Und ich will kämpfen. Obwohl, da müsste ich eigentlich bei Shoddy bleiben, denke ich mir gerade so. Soll das bei dem bleiben? So bleiben der Stülp, da. Nee, der, der, der immer die Gegner anzieht, wie man geht. Ich werde mal kurz speichern. Okay. Und dann mal guck, ob man hier durchgehen kann. Wir müssen erst mal auf Alex warten, Leute. Oh, macht mal. Ich wollte erst mal schauen, ob wir hier überhaupt durchgehen können. Na, den. Geh voran, wir schauen mal. Es ist dunkler, aber ich... Was mit Zöde kassieren, ich habe gerade. Ne, das war ich. Schaden kriege ich bis jetzt nicht. Hier ist eine rostige kleine Armbrust, könnte Pilot auch getragen jetzt, oder? Ich glaube nicht. Ich kann generell mit Schusswaffen nichts machen. Am Anfang ging das zwar irgendwie, aber keine Ahnung. Hatte es was mit dem zu tun, was ich anhabe? Doch, leichte Armbrüste solltest du tragen können. Okay. Ja. Habt ihr recht. Habst du mir genommen, ja. Gespeichert hattest du ja jetzt, ne? Bevor wir nicht in die E-Wild gegangen sind, ja. Okay, gut. Nur für den Fall, dass wenn ich jetzt den Hof mache, hier wieder 20 Gegner sind. Gehe mal nach rechts ein bisschen. Aber ich halte Ausschau, dass nichts kommt. Oh, hier ist ein Tor. Ich habe einen Wegpunkt gefunden. Du kannst dich zu uns teleportieren, Alex. Greitwinds Zollhaus. Nice. Und da vorne auf der Brücke am Haupteingang standen wir gerade. Aber ich weiß nicht, ob wir hierhin weitergehen sollten oder lieber da vorne. Danke. Danke. Weißt du, von da vorne, wo die Jungs kommen, sind wir gekommen. Da ist der Haupteingang, denke ich mal. Oder? Ne, ne. Gehen wir erstmal nach hier hinten. Krass, dass wir hier keinen Schaden kriegen. Letztes Mal hier schaden. Könntest du dich selber eigentlich heilen? Ja, aber ich bin mich wahrscheinlich dann eher in den Dingspöver, in den Bären. Außerdem heilt er sich, wenn er uns heilt. Genau. Durch den Hut. Okay, hier geht's. Okay, hier geht's. Okay, hier geht's. Hier hockt jemand in der Ecke, Leute. Und jetzt hat sie sich weggeportet. Okay. Ich wollte euch erst pingen, bevor ich mit ihr rede. Kommt, ich höre ich jetzt. War eine kleine, so ein kleiner Gnom, eine Frau mit so einem längeren Merkel-Topf-Schnitt, braune Haare. Ich komme hier nicht wieder zurück. So, ich glaube, hier müssen wir echt aufpassen. Hat hier Wahrnehmung erfolgreich. Seltsame. Ist schon ins Haus gegangen, ja? Ja. Oh, dann komm ich noch. Jo, was ist denn, Tru? Dann hoffentlich. Kann nicht alles machen. Auf jeden Fall. Hier liegt der Grand Mason. Seine Knie und Lies sind expositiviert. Okay. Das leckt's hier gerade jetzt schön. Rinderhaut. Rinderhaut. Leck'n das Spiel jetzt so. Kann dir auf jeden Fall sagen, Digi, wenn sie es noch nicht rausgepatcht haben oder bald draus patchen, wenn wir im dritten Akt sind, ist das Spiel wohl generell, dass es öfter mal so kleine Legs hat und so. Also, da müssen wir dann mal gucken, wenn da irgendwann soweit sind. Ja. Aber erstmal genieße ich das hier. Wir packen jeden Müll ein. Also, ich hab hier eine Holzluke gefunden, wo man runtergehen kann, anscheinend. Man muss mal gleich nochmal auf die Karte gucken, zusammen. Ob wir hier auch ungefähr alles haben. Soll ich mal kurz gucken, ob da irgendwas wieder ist? Und auch ein Alex-Konan-Gekick. Klar, guck mal. Hier ist ein Aufzug. Aber hier ist nichts. Da sieht man auch nichts. Ich bin jetzt hinten da bei Alex rausgekommen, bin aber oben und kann jetzt nach ganz oben. Und hier geht ein Weg weiter. Okay, also man kann hinter dem Haus nach oben gehen, rechts, und da geht ein Weg weiter. Oh, hier ist ein Türwappen mit Schlüsselloch. Hier kann man, okay, hier kann man unten anscheinend weiter. Wir kommen auf jeden Fall oben weiter und unten weiter. Okay, wir erstmal nach unten, oder? Und ich mach mich mal hier aus dem Dachstuhl gleich wieder raus. So, ich mach nach unten. Ich glaub, so viel ist hier nämlich nicht mehr. Hä? Man kann auf den Aufzug klicken. Wo bin ich jetzt? Na, bei uns oben. Das war Paila gerade gesorgt. Ah, okay. Okay, hier kommt man mit der Leiter wieder runter. Dann können wir jetzt nach unten. Dann können wir mit dem Aufzug nach unten. Da hinten schreit jemand rum. Dann lass uns erst mal unten hier aufs Steuerraten, dann sind wir gleich unten. Vielleicht ist der hinter der Tür auch nichts. Na, ich bin im Haus. Muss ich jetzt wieder raus, ja, ne? Na, oben oder unten im Haus? Kannst du halt wieder Aufzug oder so eine Bodenluke gehen. Ich bin jetzt auf jeden Fall bei den anderen beiden. Na ja, da und da. Müssen wir noch unten, oder was? Ja, links ist so ein Kran, da kannst du aufs Steuerrad klicken. Ah, okay. Ah, cool. ййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййй okay wir müssen auf alex warten damit er uns jetzt schloss knapp sollte er gesagt hat da wo ihr beide jetzt standet auf der wurzeln kleine stück zurück aus noch dass das steuerrad da kannst das drehen dann kommst du mit dem fahrstuhl nach unten bei diesem kran da quasi er stand ist schon mehr oder weniger direkt daneben gerade wo auf dieser wurzel stand hinter dem haus oben ja hab's gesehen soll ich jetzt knacken ja wenn du möchtest ach da erfolgreich natürlich der kleine zwerg mit den dicken wurstfingern kommt der krieg jedes schloss auf hat er gehabt der tür eingetreten vergesst das niemals glückwunsch das hier ist der leute ich bin gefangen die ende weit die reise endet hier ja wir sind jetzt mal in zeit gelesen aber wir müssen da auch hier ist sonst nichts weiter macht das ding kaputt oder versuchst zu entschärfen schnell ich sehe nicht die truhe da hinten den goblin hinten da die gargustatue da hinten hinter der truhe wo der feuer raus kommt dicker ist wieder offen nicht nicht besiegen entschärfen ich habe dann in den hebel gezogen oder ich habe noch eine hilfe kann mich immer teilen bitte ich kann es nicht ganz gerne sonst von meinen heilungstränken welche auch wenn ich keine heilen kann ich habe sie bestückt du mal ich guck mal und ich kann mich wollen nicht mich dort waren meine beiden heilungssachen bis zur nächsten lang rast kann man denn sachen noch mal voneinander trennen draufklicken und stapel heilen ach ja das geht auch so naja nach dem nächsten kampf müssen wahrscheinlich eine lange rast machen so wie so hast du jetzt zehn stück kannst du dich sonst noch einmal gegen heilen oder dass wir da oben erstmal dass sie sich darum erstmal heilen nicht dass wir hier unten wieder im kampf sind mit 20 gegner ich stehe hinter euch meine freunde und usen kommt bestimmt auch gleich durchs tor gedackelt alter die waschmaschine hebt schon wieder ab alter das hört sich an wie so ein alte propeller flugzeug okay wir sind geister als hätte ich es nicht erahnt ich bin bei dir david mal lass erst mal gucken was die wieder haben ich würde mich vielleicht erstmal in den eulenbären verwandeln damit die mir nicht mehr auf den satt gehen das ist ganz gut ja weil schlag und stichschaden und so macht das meiste wenn david sich da drüben jetzt in eulenbär verwandelt kommst du zu mir rüber nach links zu dir nach links okay ich hätte da unten den einen angegriffen vielleicht nee komm mal mit zu mir weil wenn du neben den stehst bin ich im vorteil gegen die und dann können wir die besser töten wirklich gar nichts machen wenn wenn wir beide zusammen vor so einem schatten stehen dann bin ich im vorteil weißt du hat einer von euch gleißen der schaden probiert gleich mal was anderes todesalb wohl warte mal das kann ich vielleicht noch lernen also wenn ich erstmal hinsprinten sagst du oder was schaul ihn äh weil du kommst ein bisschen zu mir wenn es möglich ist die kommen glaube ich gerade alle zu mir äh wo ist er denn wenn du zu mir kommen könntest wäre irgendwie edel ich weiß nicht wo er hin ist ja die sind beide verschwunden die kommenti waren die jetzt auch nicht stärker entzug ich glaube der ist auch weg der ist auch weg ok ok ich komme zu dir warte mal warte mal aber ich das richtig verstanden habe sind alle meine angriffe entweder immun gegen zwei und die anderen hauen nicht wirklich rein oder wie gesagt um diesen todesalb ich weiß nicht ob ich daran die muss eigentlich vielleicht ja wir müssen erstmal beide sprinten richtung tisch vielleicht erstmal äh ne ich kann einen attentat auf den machen von hier oben ok das ist schon mal cool ich würde trotzdem erstmal zu ihm hin sprinten aber mach ich sprinte du als erstes zu ihm hin das ist nicht genügend bewegungsrate wir müssen wir den todesalb nur töten vielleicht kommen die schatten immer wieder nach ja weil der ist gerade nicht verschwunden das ist es ja neben mir ist einer aufgetaucht wir usen das schon mal vor ihm jetzt musst du gleich richtige packung austeilen ich hab ne idee ich mach ich glaube ich mach erstmal extra zug ähm warte mal bevor du jetzt irgendwas machst usen warte ganz kurz bitte ich bin ich hab aufgehört ok er ist verängstigt also er macht jetzt auf jeden fall nix er ist verängstigt erst mal unter kontrolle so ich kann frau ich mache mein tisch wir schaffen es auch so ne macht wir wissen nicht was mit den ganzen die weg geploppt sind wenn jetzt alle wieder auf ploppen leute darf ich einen heilungstank nehmen macht doch dann noch nehmen kannst macht doch also muss die peitsche auspacken okay hau ihn weg hier stark der und na gut vier geht noch kla... das ist ein kircher in meinen augen okay ich glaube du schaffst ihn doch da oder ja mal gucken dein kumpel da naja ich hab dir ja den anderen da jetzt ein bisschen angefragt deswegen alles resistente dass wir den effekt den du auf dir drauf hast ist aber nicht gut droht mein zu leben sind lebensentzug jetzt mal lebensentzogen bist du bist du tot bist wahrscheinlich als wahrscheinlich wieder ein fluch vielleicht kann mich bei der von dv befreien das ist nicht so schlimm wir warten noch mal ab was wir machen dann ist es weg was ich jetzt machen jetzt nach hause geht zu mami und fragen ob sie mich kostet rösten kann dann ist das war ein aufgedeckt und schatten ein weg ich habe jetzt auch keine meiner nähe oder das ding was hier vor mir liegt das häuschen das häufigste ich hatte nach und boxen ich glaube dieses lebensentzug nicht nur so lange ich da drinne bin kann nicht angreifen das häuschen kann nicht geht nicht aber wenn du nicht kannst du ganz heute und ich stelle brennen machen ist du bist ja jetzt tot naja vor daneben stehen bleiben da hast du dich bewegt nein ich habe bloß den effekt gedrückt was das für ein effekt jetzt jetzt brennt der ball nicht mehr ja da muss noch mal drauf drücken ja das war wieder brennt deswegen schuft er denn noch weg ja ist ja logisch logisch stell dich mal genau neben ihn und beende den zug dann da wo du bist eigentlich ja weiter geht nicht da bleibt da und über den zug ich habe gedacht ich mache mal ein feuerball und erst recht einen doppelten der hatte jetzt 24 leben aber was anderes hätte jetzt nicht so viel sinn gemacht 16 schaden alter er geht an user an und wenn noch was von hinten kommt deckt der feuerball den rücken und david muss auf jeden fall die beiden könnten es well machen der macht 20 schaden an beiden oder 23 an einem 20 an beiden schon mal sehr gut machen wir jetzt noch einen jumper aber wir dürfen immer hin macht der alex gucke gerade so außer als wenn du auf deine beiden klingen starst und er denkt und denkt und denkt welche klinge ist das ist die linke oder die rechte ich kann mich nicht entscheiden die rechte oder die linke und weg alex mooning klaffende wunde alter jetzt sind es drei bei david wird knackig langsam ich bin leider nicht im vorteil gegen die viecher das ist halt ein problem und ich kann dir eigentlich nur großteils helfen david wenn ich mit meinem starb 56 schaden aus teil aber ich glaube das bringt ja nicht viel alles gut wir füsen wir ein lieber mhm ok jose ja du bist ja ne teile deine gedanken mit ok aber möchte ich nicht ich will das allein entscheiden ich überlege gerade über einen trank nach oder mit einem elixier was ich nehmen kann wir sollten mal tränke nehmen greift er erstmal an naja aber wenn er sich was auf die waffe schmieren will dann muss er das mal vorher machen ja richtig grenzenloser fokus konzentrationsrettungswürfe im vorteil zu sein der zaubern werden zu vielleicht sollte ich erstmal kampfrausch machen naja hast du ja nicht mehr wirklich viel drin kannst du machen klar der ist zwar gegen alles ein bisschen immun aber ich hab die kraft des bären auf jeden fall den 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 großen vor dir ja 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 in den anderen mit griffst wer gut aber sonst lieber den großen dicke packung also ich könnte beide angreifen aber nur minimal oder einen den großen bisschen heftiger heftig okay heftig 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 ich weiblos sehr schön ich bin ich ja dran wenn er dich ja hohen hat hoffe ich danke schön danke schön ich mag alles jetzt für das alles für euch ich mag alles für die fans ne alles für die fans only fans und ein häufchen reich das jetzt nicht mal noch nicht also muss ich doch laufen hau ihn weg samt usen ich komme nicht genug an kannst du den ballfeuer bewegen kann ich ja ach so ne quatsch der typ der folie stand dass er abgehauen das aber auch bei usen oder ja der brennt er war der stuhl hat und kann ich dich daran sonst verbrennen gusen und wenn ich jetzt meine attacke meine ram attacke mache traffic use natürlich auch ja dann ihre attacke nicht sein kleid so stehen bleiben kannst du kannst du noch den vor mir angreifen wenn du dabei jetzt bei usen nicht rankommst also mit dem character ich mit dem fall ich kann nicht mehr laufen die gehen und ich sehe das genau die säule im weg sonst würde ich ihn sehen kannst du irgendwas auf mich noch dich wirken der zauber ist für mich ach so ja bei david siehst du doch den film war da vielleicht oder so kannst du da irgendeinen weg kloppen ja der links von david steht dann würde ich ganz gut treffen dann muss man hau den weg den neuner wenn er den trösten los in den film war treffig also ist erreicht und der weiß gereicht sehr schön so meine feuerkugel bleibt da stehen das jetzt weiter geht immer geholfen ich finde das ding so gut ich weiß ja nicht mehr auf gehen jetzt alle zu david alter kritischer treffer 30 also mit denen ist nicht gut kirchen ist auf jeden fall ich bin gegen die nicht im vorurteil ich kann nichts machen ja kritischer fehlschlag auch noch geil du brauchst mich ja nicht heilen alles gut kümmere dich mal darum dass die viecher sterben irgendwie ich würde mich hat noch mal einen eulenberg verfahren ja macht das ist auch gut springen und angriff machen ja denkst du ja auf jeden fall gut schaden die taus also vorhin sind so fast da wieder aufgetauscht oder hättest du feuerball zaubern müssen also kerzen an machen alex reden wir ja ich sehe ja mein schon direkt vor mir trotzdem wenn die unsichtbar sind und die laufen an der kerze vorbei siehst du sie auch so jetzt ist jose dran auch nicht in todesalp oder todersalp schaute ist noch ein hinterher geht nicht das soll ich ihm noch einen aus dem weg laufen also ich könnte dann greift er mich an echt er liegt da wäre halt geil gewesen weil dann hätte ich danach mit der feuerkugel angreifen können ja er greift er jetzt an mal gucken was passiert ich kann den weg stoßen ich kann sie nennen angreifen oder stoßen gegen den feuerball noch mal gegen vielleicht macht das extra schaden er kann ich glaube ich nicht stoßen ist ja nicht stoßen in die sonne du musst pusten und pusten stoßen geht nicht schade eigentlich naja dann ist es so aber ich kann mich heilen darf ich den tank nehmen nur ein klein mach doch danke habt ihr vier stück ab jedem ich glaube usen ist ganz wichtig guck mal wie sie mich angreifen deshalb leider recht abhängig von dem zeug wenn du mit der kugel angreifst ist aber nur single target damage dass du das nicht am ende der runde neben usen stehen du musst danach warum rammen da treffe ich usen hundertprozentig mit ich habe feuer ich habe feuerresistenz jetzt so geht aber nicht ziel darf nicht körperlos sein aber kann es ja trotzdem neben mir stehen mit der flammenden aura da verbrennt vielleicht anschauen du musst aber vorher denn wieder an machen das ist jetzt ohne feuer angegriffen ja aber hätte ja eh nicht geklappt habe ich ja gerade vorgelesen ich habe mich verdrückt alles ich kann ja sachen die nicht da sind nicht angreifen es wäre so oder so auf null was machen und sonst kannst du mit dem character place zu schaden gehen ich glaube da braucht ein bisschen hilfe ich brauche keine hilfe darüber kann ich machen aber mein feuer kann ich das ist da wo es ist jetzt brennt er wieder perfekt das sind da wo er ist und zu alex ja oder zu mir mein plan aber bei mir brauchst du nicht helfen alles gut wenn ich laufe treff ich nichts von hier wird doch von hier könnte ich etwas treffen ich stelle mich mal noch da was hat denn der hinter dir da habe ich immer noch nicht heute mal david wir machen was das war irgendwas halte ich habe noch zwei leben ja du wärst aber tot gewesen wenn da nicht sechs gegen geheilt wurden gerade von meinem effekt es hätte zwölf abgezogen gut auf jeden fall müssen wir irgendwie alex heilen außer er kann sich selber heilen dann die beiden erstmal oben töten ich bin zwölfer schild wenn er heute den typen um das sind typen komplett umhauen oder ist es nur können direkt umhauen dann haben wir nur noch deine beiden da unten glaube ich schon mal gut ein bisschen weniger was was der match macht da ist ja schon mal weg das wird ein schnitt weg laufen die josen dass ich mit meiner feuerkugel zu dem anderen umrollen kann ja ich kann ein bisschen weggenommen ist wenn sie hilft ja noch laufen wir nach oben zum altar kaffieren reicht es dir mal gucken da ist bestimmt wieder eine falle bei der truhe musen alter alles cool alles cool ist doch alles cool dicker entspann dich ich nehm trank auch wenn du mich schlecht hast ok danke also so viel gold wie ihr gebraucht habt um mich wieder zu überleben hast du schon ein tränke versoffen würde ich so nicht sagen wie viel kostet im bank ist noch hast ja noch 30 schaden also wir hatten wir das jetzt noch nicht erlebt dass sie über 30 schaden gemacht haben mit einem hit wie viel kostet den trank ich treffe nicht 70 70 guck mal wir haben dich zumindest dreimal geholt sind 600 also verzeih mir meine drei tränke die ich verschwendet habe ich werde ja sehr viele in dem kampf drei tränke getrunken werde jetzt aber sehr verbunden wenn jetzt keine tränke mehr saufen so dass weil wir danach machen wir sowieso eine lange rast und dann bist du wieder voll ok ich werde jetzt keine tränke mehr trinken ok ja bitte und solange du nicht unter 15 leben bist brauchst du eigentlich auch keinen trank nehmen na klar wenn sie alle auf mich gehen und ich dann sterbe dann ist ja völlig in ordnung ist doch aber nur noch ein gegner josen wenn du jetzt nicht unmittelbar da hinten in die falle rennst dann überlebst du das schon siehst du ich wäre sonst tot warte mal peiler kannst du mit deiner ich kann vorher dahin springen bevor ihr da lasst doch peiler erstmal mit seiner kugel dahin rollern damit wir ihn sehen ich mache flächenschaden aber es ist ja egal wenn er da ist oder nicht der war da ich spring jetzt mal rüber nach dem schaden ja probier es was wir sehen mit feuer zu machen ok jetzt schon recht kannst du die kugel jetzt weg ja warte mal nicht bewegen bitte so kugel ist weg so kugel ist weg so kugel ist weg ich habe hier ein knopf hier geht es dann wahrscheinlich weiter hier liegt aber überall auf den tischen überall nur los rum ja ich wollte es ja nur mitteilen dass ich hier was hier von mir hier geht die wand dann wahrscheinlich auf hier ist eine truhe die du mal aufmachen müsstest guck mal was in der big giant ruhe drin ist könnt ihr mal wahrnehmungswurf hier drüben machen bei uns bitte ja ich komme na du nicht usen du hast ja schon noch verkackt ja ja auch viel gestern alter wir sind in wahrnehmung so schlecht ey aber vielleicht david ja ich hab zwölf halt vielleicht schaffst du es david jetzt mit dem eulenbär nö david war wohl schon ne jetzt so erfolgreich siehst du da ist nämlich falle ich habe gesagt hat aber umgeglitscht bei dir dadurch dass du so groß warst david hier seid einfach nur anfänger was ja dann ich kann die falle hat es nicht geschafft das erste mal gelungen der rettungswurf ja kritischer erfolg wenn du bei einem waffenangriff schaden bewirkt erhältst du zwei züge lang arkane sinnesschärfe dafür ein helm alter kann das ding ich habe ich habe noch den billo helm auf ja dann nimm mal den helm vielleicht ist ja gut falls du ihn tragen kannst ja aber anfangs aber paila paila hat keine waffenangriffe aber arkane kunst hat er paila hat aber keine waffenangriffe josen wenn du bei einem waffenangriff schaden bewirkt ja den musst du wenn denn tragen das ist der grundtenor josen dass die arkane sinnesschärfe ist erstmal völlig wurst der grundtenor wenn du bei einem waffenangriff schaden bewirkst den musst du erfüllen dann erhältst du zwei züge lang arkane sinnesschärfe und paila greift nicht mit seinen waffen an ich würde sagen alex nimmt den dann hat er nämlich geschicklichkeit 20 hast du jetzt schon geschicklichkeit 9 das geht auf rettungswürfe paila nicht auf die geschicklichkeit ja ja aber du würdest dadurch dass du eine 20 hast jeden rettungswurf gewinnen oder nicht das geht auf das nicht die geschicklichkeit ist plus 1 sondern die rettungswürfe gehen auf geschicklichkeit und die rettungswürfe ist auf plus 1 nicht die geschicklichkeit wird um plus 1 erhöht da steht ja rettungswürfe in klammern geschicklichkeit plus 1 ja aber das geht nicht auf dein attribut geschicklichkeit sondern die rettungswürfe sind ja ich verstehe schon aber wenn du doch theoretisch die geschicklichkeit generell auf 9 10 hast oder sieht man das als anderen wert paila kann die mütze ja trotzdem an trotzdem anziehen im endeffekt macht es nicht schlechter ja ich überlege gerade ob paila dann meine mütze nimmt weil dann kann er sich nämlich mal in schatten hüllen dann kannst du unsichtbar werden falls es mal sein muss ich guck gerade die kappe ja auch nichts bringer kann das sind scherbe ist er hat einen bonus auf zauber hast du zauberangriffe ich habe mir akane sind es scherfe noch nicht durch gelesen weil ich ja erstmal geredet habe mir ist egal gib mir einen helm einen den ich mir nehmen darf ja dann nimm den akane sind es scherfe dings vielleicht greifst du ja doch mal mit deinem stab an im größten notfall schon damit sehe ich aber ohne hübscher aus gut ging dann da mal ruhe im karton ja ja bogen wäre aber auch eine waffenaktion dann kannst du erst mit dem bogen schießen und danach ein zauberangriffe ja aber er kann ja weder bogen noch armbrust benutzen na doch ja doch die einfache die habe ich doch jetzt ach so leichte armbrust achso ok nice das geht bloß nicht mit der normalen oder der anderen weil dazu braucht man halt skill punkte in dem richtigen gesiebe ich ja erstmal und das war wohl da weiter wo alex meinte oder na genau hier ist der knopf an der tür hat es eigentlich mit dem schacht hier was für ein schacht naja das glaube ich nur optik oder ich gehe mal hin nach da oben long ja ich glaube das ist nur optik da soll die lichter kommen ich glaube nicht dass wir da hinkommen nö man kann nicht hinspringen wir sehen dann jetzt eure zauber aus wollen wir bevor wir den knopf drücken eine lange rast machen weil sein da noch mal gegner sind ich habe jetzt gespeichert also ich hätte noch genug zauber ich habe nur noch ein 3er 1 2er und viele 1er ok also grundsätzlich geht es bei euch noch ja ja mit den einfachen sachen kann ich die nun sonst kann ich bloß zwei krasse sachen machen danach muss ich mal vielleicht eine schriftrolle nehmen aber da ist jetzt auch nichts so berauschendes bei ich habe fluch brechen wieder gefunden mussten musste ich da nicht noch was machen bei dir oder ist er wieder weg naja wenn wir gleich eine lange rast machen sollten ja stimmt denn aber ich weiß nicht ob der fluch dann weg ist ist ja egal wenn ich ganz wird ja danach immer noch machen noch mal lange rast wird ja eigentlich wechseln ja steht bis zu lange rast die dabei sind ja ja deswegen sorry war oft stumm aber ja war es doch stumm mit wem hast du hier hier ist ein hebel mit jemanden oh da ist ein hebel ja ja da wo david jetzt davor steht du dicke kalb alter achso das macht nur die Tür zu wieder zu ok ich kann dich schubsen wenn du möchtest geh doch einfach aus die Tür raus mit deinem dicken körper der kleine mag keine großen körper der ist voll im weg der mag der mag keine körper ist auch ein zwerg schubst du mich kriegst du Messer ab hier meintest du kommen wir weiter ich habe gedacht im Dingsraum also in der großen in der großen Halle wo wir gerade gekämpft haben aber das hast du vorhin hier gesagt was ne da war doch nur der kleine Raum jetzt ja ich habe doch nur gesagt dass mit dem hier kamen wir doch her oder ich habe doch nur gesagt dass da ein Knopf ist und die Wand aufgeht da reicht so und hier oben wart ihr schon oder was das stimmt da drüben war jetzt einer der geschrien hat sieht aus wieder wie der Oliver hm ich glaube der ist tot ja aber der sieht so aus vielleicht ist sein Bruder oder so ist sein Zwillingsbruder so habt ihr jetzt so das Haus und so habt ihr alle gelootet ja ganz oben weiß ich nicht ob jemand drauf war ganz oben weiß ich nicht ob jemand drauf war ansonsten Klopiler war ganz oben ja ich war ganz oben und habe das gelootet ja ja Jusen obwohl wenn Jusen da war dann geht nochmal gucken ich bin hoch gesprungen guck mal wo du hoch kommst du hoch Peiler kommst du hoch Peiler hoch also ich bin oben bei dem Haus wir sind auf dem Friedhof jetzt wir sind auf dem Friedhof jetzt ja ich bin da am Tor wo der kleine Dud steht und da sind Geister du kommst von der anderen Seite ja du hättest einfach nur den Fahrstuhl wieder hoch gehen müssen Peiler ich war da schon aber ich bin gleich weiter gelaufen was von der Junge hier jetzt kommen wir denn jetzt nicht mal mit den Labern du wirst nur bleibst draußen alter was soll du quatsch schon der hat ihn gefesselt ja so ein Quatsch boah ihr bei mir lektet wieder das Spiel das ist nicht ach das die wie geht der von der Schlager aber die sieht anders aus so ein Blasser ach du kannst Magier machen mach Magier ich glaube nicht ich bin gut ich bin gut ich bin gut das Druididele ich habe es hat mich verändert ich kann jetzt alle verschiedene Dinge machen nicht nur die Vinen ich denke wirklich hart und sage einige leute Worte und dann passiert es meistens gut gemacht David so aus dich aus hm dann sag mal eins zwei drei drei vier hier oh ja kräfte bei ja 4 4 4 ich hoffe das sind nicht die die wir gekillt haben und ist die Schwester von Oliver das kann gut sein das kann gut sein ja wir haben die Quests also ich weiß nicht wirklich ich weiß nicht wirklich dann ich weiß nicht 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 das ist dass der gegen Geister wirkt so was passiert so was passiert so mal im Lager wir haben ich kann mal gar nicht was soll die werden auch was gehalten könnte einfach angreifen aber müssen ja weil sie das ja trotzdem angreifen richtig ah die gehen wir keinen gut fahrungspunkte Ich bleibe an Ich bleibe an Warte Wenn du jetzt da angreifst, dann lass erst mal zu Paila gehen Wenn er da jetzt kämpfen will Ich warte ja noch Was wirst du jetzt angreifen? Na, die Schatten will da angreifen Sind immer noch gefesselt Nice Gucken, ob sie sich gleich befreien Der eine ist schon mal weg 90 Erfahrungspunkte Der andere bestimmt auch nochmal 90 Super Ich spreche mal Guck mal da hinten ist wieder ein gelbes Gelbes Licht Hei Hei Haus Ok, krass Das ist ja kacke Oh, witzig Kann er bis hier hinten übers Dach klettern Könnte das ein Rätsel sein? Ich hab hier zwei Lampen, aber wenn ich eine anmache Geht die andere gleichzeitig aus Vielleicht muss man die gleichzeitig anmachen Weiß nicht Weiß nicht Weiß nicht Ich möchte da ein kleines Geheimnis hinterstecken Mal gucken Hier müssen wir auf jeden Fall nochmal herkommen Hier ist auch irgendwas Weil ich will jetzt hier nicht alleine rumlaufen Mit 13 Leben Also hier oben auf dem Dach, wo ich bin, passiert nicht so viel Oh, hier unten ist ein Typ drin Oh, ne Ich weiß jetzt nicht, was Piler hier hat Wissen nicht, ob das hier ein Rätsel sein soll Ich bin auf der anderen Seite Pass auf, da unten ist ein Typ Ich bin jetzt im Haus, ganz oben Ja, ich bin hier Ah, hi Aber hier ist kein Typ Und unter uns ist ein Typ Ja, ja, da gewässerlich hin Kann ich schon Sachen mitnehmen, meinst du? Kann man das mit, was du kriegen kannst Da ist sogar noch eine vergeudete Kiste in der Ecke Ja, die ist verschlossen Die ist verschlossen Ja, dafür auch eine bei mir Muss man aber wieder auf Alex warten Ja Ich warte auf Piler Dass er hier die Laterne anmachen kann Aber bevor ihr da jetzt so weitermacht Könnt ihr ja nochmal kurz zurückkommen Weil ich würde gerne nochmal zu dem kleinen Häuschen Da oben gehen Da ist nämlich auch noch ein Tagebuch und alles Was wir noch finden können Ja Also wenn ihr einfach nochmal zu uns zurückkommen würdet Wäre das nicht schlecht Nö, würde ich aber nicht Naja, dann bleibt das stehen, ist mir doch wurscht Ja Wegpunkt entdeckt Ja, genau da oben wollte ich hin Ja, siehste Und wenn du da jetzt da unten Wenn du jetzt nochmal zurückkommst, da rechts Zu dem Mausoleum Warte, lass dich doch einfach hier hochbeam Warte, lass dich doch einfach hier hochbeam Ich will doch da aber hin Ja Dann will ich doch hier hoch Nee, ich will Was verstehst du denn daran nicht, dass ihr hierher kommen sollt Falls hier irgendwas ist Ja, wir waren oben auf dem Mausoleum drauf Und unten drinnen sind welche drinnen Ja Ja, bleibt da einfach, ist wurscht Alles gut Ja, ich knack jetzt hier einfach das Schloss Wenn hier jetzt was rauskommt, dann bin ich halt tot Müsst du doch da oben zusehen Ja, wäre ja nicht das erste Mal Ja, deswegen Paila ist ja auch noch hier unten, der kriegt dann O Auf die Fresse Ja, was machst du, warum springst du da runter Oh Gott, schau dir, komm zurück Der kleine Gnom Der kleine Gnom hat schon wieder Angst Macht was ihr wollt da oben, ist mir wurscht Ich geh jetzt hier rin Und weg alles auf Und weg doch alles auf Dedicated to Pila Krivans Taken along with her family on the same grim night May their deaths be avenged Okay, hier ist auf jeden Fall eine Tür Und hier geht's dann weiter Kommst du zu uns Boah Da oben sind auf jeden Fall Leute die reden Ihr seid jetzt schon mega weit weg von mir, wa Nee, ich war nur auf dich erwartet Kommen wir gleich zu dir Wollen wir da mal zusammen die Laternen da anmachen? Falls da was passiert Ja genau Dachte ich mir ja Deswegen stehe ich da noch Aber dadurch, dass ich immer noch eine anmachen kann Die geht gleich wieder aus, weil ich die andere anmache Habe ich gesehen, ja Nämlich die rechte Rüsen Komma Rüsen Komma her 3, 2, 1 Scheiße Du hast es nicht auf 1 gemacht Die ist rumgelaufen Na nochmal 3, 2, 1 Oh, meine Katze Okay Mach nochmal Delay 3, 2, 1 Okay Okay Jetzt fahrt aber eigentlich, oder? Na ich hätte vielleicht gedacht, aber Ist halt komisch, dass die kurz angehen Aber Ah, Yuzan ist wieder mit dem Teufel da zusammen Ja, warte, ich guck auch rein Ich bin zwar schon Ich bin zwar schon Ich bin zwar schon Schönein, die Ich bin sehr freundet Ich bin ziemlich stolz von dir, wie du in meine Richtung Ich dachte, es wäre nur fair zu warnen über die危imen voranmach Ich bin ein Oh, wir wissen beide, dass sie bald werden. Es wäre sinnvoll für mich zu versuchen, dich zu entdecken. Aber ich kann... ...setzen die Szene, wie es war, vorbereiten dich für deine Rolle. Jetzt noch viertens. I already did. If through the dark you go creeping and awake what is sleeping. Chances are only many more graves than yours alone will soon be fed. Very well. There is a creature that lurks in silence and shadow. A creature who, like me, is very much of the infernal persuasion. Should it make its way out through the very doors you are about to brazenly swing open, you'll have unleashed a pestilence upon this realm. In truth, it is carnage incarnate. So if you meet the devil of which I speak, kill it. Consider no other course of action. ... 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 böse sind die hatten halten irgendein kranz das ist eine händlerin da drinnen schwester leute dann gehen wir rein alle können wir leben machen wir die tür zu natürlich erstmal alles mitnehmen ein ball wir haben ein ball von fußball spielen der quietscht sind ich aus deiner euren gestalt daraus wieso sind doch gratis 49 leben wenn ich raus gehen sie werden zwar was wir verbrauchen klar die oder sind die tot ich glaube die sind tot musst du eil drücken dann siehst du genau sieht aber gar nicht gut aus es sind glaube ich arabellas eltern stand da zumindest könntest du usen vielleicht nicht immer nicht mitnehmen wenn er da wenn ihr da schon zusammen rumlauft ja bei uns aber du hast usen nicht mitgenommen tut mir leid dass naja du weißt dass usen lost ist oder du quatsch mit der wenn es der händlerin ist können wir jetzt erstmal usen holen bitte bevor wir mit irgendjemand quatschen